Hallo und herzlich willkommen bei Weltalkambl. Ich bin heute auf Diagnachet Ticket und heute habe ich das Spiel, Hostel Costel Fantasy Kingdom. Viel Spaß! Los geht es. Es geht hier mal ziemlich schnell das Spiel. Oh, ich brauche Gold. Okay. 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 Oh. Oh. Kostenlos Abholen. Jawohl. Das war noch drin. Abholen. Das bauen wir halt die ganzen Sachen ab, die ich schnell ausgegeben habe. Mist. Das nicht. Dann ist da noch jemand. Ja, die. Ach, das ist der Manapool. Ich dachte, das wäre die Ausbildung gewesen. Da ist die Ausbildung. Drei Stunden. Wow. Das dauert ja noch so lange. Naja. Ja. Ja. Aber noch was hier. Mein Auge jubbt. Ah, okay. Ja. 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 Oh, ich habe aus Versehen einen zweiten gekauft. von 22 9 ach, dann weiß man den von 13.14 so, 13.14 13.14 dann werden wir jetzt es wird vorgeschlagen den Keller zu erweitern 5 Stunden ich möchte was teures ah, hier Thronsaal Thronsaal war doch das Hauptgebäu sozusagen war der Hauptraum nee den kann ich nicht aufhört na dann nehmen wir doch den Keller das ist Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen kämpfen. Erstmal Kämpfer gegen die Spieler, das bin ich, das ist der Gegner, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Soll ich es trotzdem riskieren? Ach klar, ich habe ja genug Äpfel, da war mir klar, dass ich das nicht gewinnen werde. Max? Doch, den gewinne ich. Den Kampf gewinne ich. Oh. Gab es hier nicht mal sonst so ein Zeichen für den nächsten Kampf? Naja, ist ja egal. Ist ja auch egal. Hm. Ha 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 ha. Okay. Gut. Nächster Gegner. Nee, gegen dich habe ich gerade schon verloren. Nächster Gegner. Nee, gegen dich werde ich auch nicht gewinnen. Nein, auch nicht. Okay. 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 Du, 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 du. Die sehen jetzt ziemlich gleich aus. Alles. Den habe ich schon gehabt. Gut. Jetzt kommen die ganzen Starken. Weil wir bei dem TR-50.000 angekommen sind. Ja. Das sind die letzten vier. Und dann werde ich jetzt, äh, ich probiere mal hier den Wald fertig zu machen. Das sind ja auch nur ein paar Kämpfe. Jawohl. Erste. Gleich zum nächsten rüber laufen. Gleich zum nächsten rüber laufen. Oh. Und der nächste Gegner. Oh. 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 Mein Mager ist down. Jetzt wird's kritisch. brenzlig hat er noch nächster Gegner gut das schaffe ich es nicht, oder? doch puh nächster Gegner wird immer schwieriger der ist ja normal der letzte dann habe ich den Wald abgeschlossen halt auch den schaffe ich auch perfekt jawohl ja zum Hauptmenü dann arbeitet er immer da lang da ist so lang hmmm 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 meiner pool muss nach dahin Schließen, nutzen, schließen. Da ist noch was. Ah, ich fühle dich ganz schön, dann mache ich maximal. Nein. Ach, Geh mir näher. Oh, ich hab mir noch einen, einen Knecht gekauft. So, dann schauen wir mal nach. Nup, nup, schließlich kriegen wir es ab. Keine Werbung, nup. Arena Kampf. Na gut. Teilnahme. Bestätigen. Oh, geht schon los. Erstmal den ersten Kampf so abschließen. Wer ich wahrscheinlich gewinnen, kein Problem. Okay, Nummer 1 fertig. Alle haben gewonnen. Nee. Stevie hat nicht gewonnen. Da. Dann ist er wahrscheinlich der schlechteste. Und er hat auch nicht gewonnen. Also er hat gekämpft. Er hat gegen Stevie gekämpft. Er hat gegen Stevie gekämpft. Er hat gegen Stevie gekämpft. Oh, nö. Die sind alle so schwach. Das wird schwer. Das wird schwer. Plötzlich nochmal ein zu sein. Das wird schwierig. Aber ich werde kein Spiel verlieren. Und dadurch kriege ich die 15 extra Bote nicht. nicht. Da habe ich mich schon überholt. Das ist gut. Du musst gleich gegen die kämpfen. 20 extra Bote nicht mehr. 20 extra Bote. 30, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40... Ah, geht schon los. Zwei drüben. Da bin ich. Okay. Wissen Sie etwas? Ich bin ein Zwei drüben. Und noch ein Kampf. Ich bin immer noch Erster. Wenn der hier gegen den gewinnt, dann könnte er mich überholen. Na, hat er nicht. Gut, dann bin ich Nummer 1. Mit 9 Punkten Unterschied. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hab mir beendet. Belohnung abholen. So. Schluss. Oh, es ist lang, ja? Gleich arbeiten. Oh, ich bin nicht mehr Nummer 1. Gleich gegen den Kämpfen. Ich hoffe, dass ich ihn nicht überholen werde. Ich will jetzt… Ja, wohl, das ist gar nicht. ooo yo spie zupie zupie a 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 hmm alle fällig Was ist denn da mir? Hoopie! Ah, ich werde wieder nicht überholt. So ein Bist. Zwei Kämpfe. Juhu! 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 Alle fünf öffnen. Okay. Ich glaube gleich darf ich keine mehr abholen. Nochmal die vier. Jetzt muss man kurz gucken. Bisschen geht noch. Bisschen geht noch. Eine. Okay, das schaffe ich auch noch. Aber jetzt ist es glaube ich genug. 25.000 habe ich noch frei. Ungefähr. 25.000. 25.000. 25.000. 25.000. 25.000. 25.000. 25.000. 25.000. Oh, das habe ich auch noch nie gemacht. Doch, gegen den habe ich schon mal gekämpft. 25 Herzen hat er. Ja, nicht ganz. Ich wollte schon aufhören. Hm. Auch nicht weitergekommen. Ja, nicht weitergekommen. Ja, nicht weitergekommen. Ja, nicht weitergekommen. Ja, nicht weitergekommen. Na gut. Wo ist die Ratte? Ach, Feuer ist das. Gut, aber gemacht. Dann würde ich sagen, das ist das für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da noch nicht viel dabei seid. Bis dann habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschü-tü-tü. Tschüss. Wahnsinn. Machsami. Machsami. Untertitelung des ZDF für funk, 2017